Hallo, herzlich willkommen zu einer Runde Factory mit dem Luca. Ja, und bei mir geht's jetzt auch endlich los mit dem neuen Feed-to-Beast-Projekt. Also, bei mir hatte die erste Aufnahme ein bisschen gefehlt, weil meine Festplatte ein bisschen voll war und dann hat die nur so stückchenweise aufgenommen mit dem Video. Und ja, jetzt geht's hier endlich los. Ihr könnt ja die erste Folge von ihm bei mir gucken. Da war er ja bei. Ja, da war ich dabei. Ja, geil. Ja, wir connecten mal, wa? Ja. Connect to YouTube. So, jetzt ist so ein bisschen was passiert in der letzten Zeit. Das ist cool. Also, ich hab nur eine Folge, ich glaub jetzt die letzte Folge von StandTogetherLP. By the way, guck mal auch bei Medien vorbei, die machen ganz geile Videos. Ich krieg da kein Geld für, nein, nein. Ähm, ach ja, stimmt. Und, äh, das ist auch der Grund, warum ich hier so Iron Sword und, ähm, Iron Zeug noch dabei hab und so und Basalt-Cobblestone und alles und äh. Ach, die haben ja nochmal aufgenommen, Alter. Ja, ja. Was jetzt darf ich schon alles haben? Wo, ähm, bist du? Äh. Ich bin jetzt ziemlich am, ziemlich am Spawn. Ja, ich bin, da ist so eine Hütte, eine kleine. Oh, wieso hab ich jetzt das Viech umgebracht? Alter, was ist die los? Ich bin im Schnee-Biom. Ja, das bin ich auch. Da bist du doch. Seh dich doch. Ah, da. Wo sind diese Dinger für Wubber? Wir könnten die Quarry mal neu ausstellen gleich. Alter, wir haben... Ich fang einfach an schon, Quarry. Ja, ja, dies, das. Ja, ich hab in einer Folge 26 die ausgefunden. Wow. Wir haben Bäumchen hier für Wubber. Ich hab am Anfang schon ne Copper Chest gemacht. Richtig schön unnötig. Ja, Copper Chest. Oh, schön. Richtig schön unnötig. Ich brauch jetzt, ähm, als nächstes brauch ich Silber. Wofür? Hier zu upgraden. Dann werde ich mal die Quarry einfach neu aufbauen. Ja. Und mal irgendwie was anderes als Generator benutzen. Also, wie macht man nochmal nen... Ähm, hab ich nicht im Recip-Mode? Ähm. Solarpanel. Oh, ich glaub, das ist ein bisschen übertrieben im Moment schon, ne? Obwohl... Äh, Coal Dust. Geht eigentlich, ne? Wie macht man Coal Dust? Wie macht man Coal Dust nochmal? Mit, äh... Ach, mit dem Macerator. Ja. Machst du nen Macerator und ich mach nen Rest, oder was? Ne, Pulverizer. Äh, Pulverizer, genau. Ne, Macerator war das andere. Oh, wir haben Rabber. Cool, wir haben Rabber, Rabber, Rabber. Da, da, da. Ah, ne, es war Ruby. Pulverizer. Ach, ja, ne, ist klar. Ruby, 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 Ruby. Da, 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 da. Da, 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 da. Machst du nen Pulverizer? Weiß nicht, wie der geht. Pulverizer. Das geht eigentlich, eigentlich geht das klar. Pulverizer. So. Mach ich den Rest schon mal für ein Solarpanel. Piston, Machine Frame, Redstone, bla bla, Flint, Copper, mhm. Machen wir ne Machine Frame. Glas, Gold und Iron. Haben wir Glas? Ich guck mal. Ich brauch auch Glas. Äh, hier sind nur... Ich hab's selber, ich hab, also für mich die Glas hab ich schon mal. Okay, gut, da ist Glas, Eisen, Gold. Irgendwo, weißt du, Copper. Ein Pulverizer reicht erstmal, ne? Jaja. Es reicht generell einer, glaub ich. So, braucht man den, ey. Hast du den Rapper angesammelt? Ah, fuck, falsch rum. Ich hab auch noch... Ach, der hat hier ganz viele Kabel. Guck mal, ob wir das heute noch fertig kriegen. Wär, der ist schon chillig, ne? Wär schon chillig, ja. So, Generator, baue ich einfach den draußen ab, dann können wir den nehmen. So, Machine Frame. Ähm. Zwölf Copper Kabel. Piss. Ich hab elf, was soll das? Weißt du, wie man das, das Rezept auf dem... Ah! Mit dem Fragezeichen. Auf dem... Ah! Äh, ich vergassier das mal wieder, wie's geht, Alter. Oh, scheiß, ich hab keinen Redstone. Ähm. Ich muss mich grad am Rücken kratzen, deswegen kann ich mich nicht gut bewegen. Auch, äh, vier Redstone. So, ich spiel grad mit einer Hand, Alter. Weil ich mich im Rücken kratze. Das ist gut. Jep. Vier Redstone. Äh, Eisen. Zwei Greenpoint Eisen. Boah, perfekt, Alter. Ich hab schon einen perfekt Cobblestone hier. Am Start. Ach, schön, wenn man schon so ein paar Lissens-Stuff hat, ne? Mhm. Dass du einfach den ganzen Shit alles craften kannst. So, Pulver... Den Pisten hab ich... Craften, 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 craften. Boah, reich nach zwei. Halt den Schnauze jetzt. Ähm, ach, die... Das Redstone-Dingsbums da unten brauch ich noch. Ach, da brauch ich noch auch, ja. Das ist voll cheap, Alter, ey. Oh, leck. Leck. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Ich hab Frey, mein Brüchchen, wie geil. So, ich hab im Prinzip alles. Ich kann ja schon mal die Crabby abbauen. Obwohl wir müssen... So, jetzt geht's. Wie kriegen wir denn den ganzen Scheiß hier... ... aus den Kisten raus? Hä, bin ich doof? Ist sie ja schon durchgelaufen bis unten? Ich glaub schon, ne? Ah, ich deb. Sieht so aus zumindest. So. Ich guck mal. Ich mach jetzt den Pulverreiser. So, zack, zack. Okay, mir fehlt... Flint. Flint, ein Flint. Ähm... Mir fehlt ein Flint, Alter. Nee, ne? Ja, doch. Guck mal in den Kisten draußen. Der hat auch gar wieder abgebaut. Das ist bestimmt auch Flint. Boah, Mann. Oh, der ist noch gar nicht ganz fertig, glaub ich. Ah. Der ist auf der Führer 26 erst. Können wir ihn ja hier nochmal anschmeißen. Ich muss jetzt grad mal einen Moment warten, weil ich hab grad einen echt Extremframe im Buch. Ich mach jetzt einfach mal kurz einen Cut hier. Tschööö. Bis gleich. Boah, Alter. Ich hasse das. Für die Leute bei meiner... bei deiner Aufnahme, Alter. Ich hasse das! Du bist, äh, dumm. Und tot. Soll ich meine Staff aufsammeln? Ja, ich kann nicht alles aufsammeln. Muss mal runterkommen. Bist du denn dumm? Hier ist doch extra ein Weg und du springst runter. Ja, ich hab auch... Aus Versehen hab ich mich versprungen. Ach, da ist der Weg. Okay. Okay, mein Fehler. Ich bin offiziell jetzt doof. Ja. Oh, ich hab ne Koppla-Chess. So, was wollte ich grad machen? Wesen nicht. Erstmal ein Generator abbauen. Bist du Machine Frame und wow. Und wow. Muss ich grad runterjumpen. Kein Ding für den King. So, hab ich jetzt wieder alles... Hast du das Redstone-Dingspuster? Ja, das hab ich. Das ist gut. Ähm, ich komm jetzt aber nicht mehr raus. Warte doch, äh, nee, ich will das Basalt nicht verschwinden. Ich kann dir aber ein bisschen Krabbis noch runterschmeißen. Ja, das ist schon... Ja, oder das. Und ein bisschen Dirtz, alles, was ich mal so mithabe. Ja, ja, danke. Schmeiß mir deinen ganzen Krab zu. Ah, warte ich, hier ist ein Wassereimer. Ich setze ihn mal um. Könnte zwar ein bisschen dauern, aber... Naja. Ah, warte mal, ist das Lüber? Fick dich, Alter. Was, du sagst da hoch? Ich wollte dir helfen. Du sagst, fick dich. Fick du dich. Ja, ich baue hier gerade irgendwas ab. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist Tin. Ja, gute Tin brauche ich nicht. Wow, ich ertrinke gleich. So. Komm mir wieder. Du kannst doch mal so ein bisschen intelligenter... Kannst das Wasser, kannst das Wasser wieder wegnehmen. Du brauchst, ich muss mir gleich das Shredstone-Ding da wiedergeben, was du hast. Mhm. Und das Gold, was du noch haben müsstest. Na, du lässt noch was hier hin. Oh, das war knapp. Ich hab fast schon wieder runtergefallen. Promage. Äh, hier ist das letzte am Ding. Was brauchst du noch? Ähm, das Gold, was du hattest und... Das Tin und... Tin hab ich nicht. Äh, nicht Tin, ähm, Flint. Brauchst du noch einen Flint? Ja. Ich brauch zwei Flint. Insgesamt noch? Nee, eins noch. Jetzt noch eins, ich brauch... Hier, ich hab einen. Give it to me, give it to me. I want rock, I wanna get you, baby. Erst acht Minuten, Alter. So, und das sind wir bei mir auch schon wieder nach dem kleinen Frame-Drops. Ich hoffe, das hat sich jetzt behoben. Ist es dich verarschen? Du hast die ganze... Du hast dein Fail nicht aufgenommen? Ja. Aha, bei mir zu sehen, sein Fail. Ich hab 35 Level übrigens. Das war übrigens keine Absicht, dass ich das nicht aufgenommen hab. Naja. So, und dann haben wir einen... Leg. Und einen Pulverizer. So. Ja? Ja. Ah, nee, was... Wir brauchen erstmal... Was wollten wir denn? Strom. Fuck. Fuck. Generator. Wo ist der Pulverizer? Da. Hä? Noll. Hä? Wie funktioniert das? Redstone Control. Oh, nee. Robot MJ. Was brauchen wir nochmal? Kohle, das, ne? Haben wir jetzt das Falsche gebaut, Alter? Gibt's da nicht. Smelting. Powered Firm. Pulverizer. So sieht der aus. Was passiert, wenn wir da einfach Kohle reinschmeißen? Ah, okay. Gar nichts. Sehr gut. Also, du brauchst auf jeden Fall ne... Redstone. Oder mal ne Redstone Torch dran. Was? Meinst du, das reicht schon? Ja. Glaube ich nicht. Ich hab eine hier, Varsha. Beziehungsweise, ich crasche eben eine. Du brauchst zumindest irgendeine Redstone-Signal. Okay. Ja. Warum funktionieren das denn jetzt nicht? Ah, nein, wir sind dumm. Wir brauchen ne Macerator. Ja, hab ich doch gesagt, du Bob. Oh, wo ist er denn? Macerator. Okay, ich mach noch, äh, so ne... Blind, Machine Block, Electronic Circuit und... Okay, ich mach mal so ne Electronic Circuit. Mhm. Ich mach Machine Block. Äh... Es ist Tin. Äh, wir können Refined Iron, Alter. Ah, ne, da. Oh, nein, das ist zu wenig. Oh, bitte lass es noch, äh... Oh, Mann. Fuck. Wir haben nicht genug Dings. Was? Ähm... Genug... Rubber dafür. Rubber, Rubber. Ach, hier, warte mal. Aha. Uh, das... Ja, das sollte reichen. So. Äh, ich brauch noch ein WeFind Ivan. Hätten wir noch irgendwo eins? Ja, warte, hier. Ich geb dir gleich eins. Ah, wie ich die Squaf vermisst habe. Nicht? Brauchst du das Ding hier, oder? Ja, ich brauch jetzt einfach alles, was du so hast. So, dann musst du dir jetzt hier gleich ein Macevater nehmen. Scheiße, wir brauchen Flint, Mann. Ach. Hier waren alle durchgeguckt, ne? Hier sind noch zwei. Wir brauchen drei. Platzier du mal. Ups. Gibt's noch nicht. Nee, ist ein gut. Ist ein ganz toller, äh, Flint-Gersteller. Er ist effizient, Alter. Ich verarsche, warum... Kommt er jetzt raus? Hä? Normalerweise, wenn du so einen Kiesweg baust und dich da verbaust, ne? Dann kriegst du dann einfach... Kommt einfach sofort Flint raus. Ah, jetzt schnallt es auch noch. Boah, Alter. Ja! Da war auch einer. Geil. Du hast den doch, oder? Ja. Oh, hier sind die anderen zwei. Oh, hier. Oh, oh, wie geil. Also, jetzt bräuch ich noch Kobli-Stone. Du. Macevater, zack. Flint. Technik-Circuit und Machine-Block. Macevater. Dack. So, brauchen wir noch eben Kohle. Da. Oh, ja. So, jetzt Solarsuche. So, lass mal eben Penn gehen. Damit's schön wird draußen. Wo darf ich schlafen? Scheißegal. Ja, hm, ja. Okay. Meine Aufnahme ist schon wieder abgebrochen, weil zu wenig Speicherplatz. Och, Luca. Ja, ich hab's zumindest jetzt sofort bemerkt. Äh, was kann ich löschen? Ich leere erstmal meinen Papierkorb. Ja, das wird wohl einiges bringen. Ja, das bringt's, klar. Ja, der verbraucht ja auch Speicherplatz. Äh, äh, äh. So, keine fertigen Videos, die du hier löschen kannst, die du schon hochgeladen hast. Äh, 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 nein. Da, das kann ich löschen. 17 Gigabyte nochmal frei. 17 Gigabyte ist auch hier ab, meiste. Ja, zumindest etwas. Nein, jetzt muss ich Energie verschwenden. So, und da sind wir schon wieder, nachdem die Aufnahme schon wieder abgekackt ist. Ah! Naja. Das ist so dämlich. Gut, weil ich so dämlich bin, aber... Ah, sie ist schon wieder abgekackt. Ah! So, das, das, das. Und... Achso, und übrigens, ich bin hier vorhin, ähm, runtergesprungen. Ja! Ja! Ich wollte es nur gesagt haben. Das sieht man bei Teddy in der Aufnahme. Aha. Pam! Ja! Umlaufen nicht alle. Nein, aber was machst du denn? Mann! Was denn? Siehst du direkt, die das an den Macerator an, Mann? Ne. Nein! Die Quelle muss noch weiterlaufen. Und dann mit dem Chopper-Gebel hier dran, ey. Ja, das geht nicht weit genug. Das kommt dir so schon nicht alles an. Wieso laufen nicht alle? Ja, weil es nur an einen angeschlossen ist. Nein. Das geht auch unten rum dann, oder nicht? Ah doch, nein, das ist nur so schwach, das Stromsignal, dass die alle Einzelnen erstmal gehen. Das Stromsignal ist einfach so schwach. Oh, Geiz. Ich komme einfach nicht mal raus. Das ist so... Das ist so schwach, dieses Stromsignal. Also, wir kriegen nochmal einen hin? Klar. Dann denkst du ein King. Okay, aber ich jetzt erst wieder ein Generator und du brauchst das andere Ding wieder. Nee, du kannst... Hä? Wir brauchen doch noch keinen zweiten Macerator. Brauchst du eine Airy-Batterie? Ähm. Ja, gib einfach mal her. Ja, ob du eine baust. Ach, eine bauen? Nicht brauchst. Weiß mal, we find Ivan. Hast du noch was? Hallo. Achso. Äh, Redstone, Tin. Okay. Hast du noch We find Ivan? Nee. Ja, doch ein bisschen. Aber da oben müsste auch noch welches drin sein, ja. Hier. Ähm, Tin. Redstone. Geht bei mir einfach erstmal mit einer Crafting-Folge los, ey. Ja, empfiehlt sich wie es immer Crafting. Ähm. Ich bin fertig. Brauch ich nur gerade... Brauch Rubber. Ach, jo. Also, hier schon mal Kabel. Ja, juhu. Ähm. Also, ich guck mal, ob was gewachsen ist. Bitte, bitte. Ja, ein. Ah. Wie viel brauchst du? Eins. Das sollte machbar sein. Oh, ich brauch ja auch noch richtig viel, Alter. So, denn neben so, ähm... Ich wusste gar nicht, dass es ein Badbox-Card gibt. Ja, doch. Das ist ja geil. Warum gibt's... Ich möchte sogar zu sagen, supergeil. Gib mir ein Zeppling. Nein, ich geb jetzt ne AE-Batterie, Alter. Ja, ich bring mich nicht weiter. Bring mich nicht, ey. Wofür brauchst du die? Für den Generator. Für das Solarpanel. Ja, hier. Ja, schön, aber ich hab... Bring mich nicht weiter. Weil mir, ähm... Wawa fehlt. Aber an diesem hier ist auch überhaupt kein Spot für Wawa. Also kann ich den abbauen. Und da kommt ja auch was bei rum. Zwei Stück. Wow. So, noch mal ein bisschen gläufig bei dir. Wir brauchen aber... Zwölf. Hallo. Das heißt, noch acht. Das heißt, ich hab schon 19 Minuten, aber du ja noch nicht. Also nehm mich noch weiter mit dir auf. Cool. Cool. Fehle noch acht. Au. Wahrscheinlich ganze vier. Oder so. Weil die Aufnahme ständig abkackt. Aber jetzt gerade nehm ich auf. Ich bin voll stolz auf mich. Wow, da war Lava. Ach. Aber... Ähm. Was ist... Ähm. Hä, muss da... Müssen da oben Blätter drauf sein? Nein. Kannst du mal abbauen und gucken, ob du ein Statling rauskriegst. Ja, eben. Ich brauch noch mal drei Kugel. Das jetzt? Mhm. Bau mich da einfach jetzt rüber. Hast du, äh... Ach, ich bin dumm. Hast du noch, äh... Oh. Ich bin dumm. Die Kabel. Oh, kein Säpling. Ja. Ja, werf's da unten rein. Ich hab heute einen sehr starken Wurf ab. Ja, krass. Äh. Ha! Guck mal, Alter. Richtig weit die Kugel gebraucht. Oh, wie ab und fuck langsam die ist. Äh. Ist ja selbst mit dem Generator schneller. Ja. Wachst doch jetzt so scheiß, Wabba. Ist hier auch kein Spot dran, wo was wächst. Äh, hier ist ja auch nichts dran. Oder? Das müssen doch nicht so Löcher sein, oder nicht? Ja. Ja. Vielleicht sind sie so sehr abgefahren. Ich hab schon ein, äh, Ding zu kriegt. Sticky risen. Ein sticky risen. Es fehlt immer noch neun. Kann man nicht mit nem Mace-Avator, äh, da auch Wabba aus dem Stamm holen? Keine Ahnung. Wo wie sah's? Moment. Wabba. Was haben wir denn hier noch so an, an Cinnabar und Tungsten? Äh. Ein Enderpearl? Ähm, Obsidian-Totem? Ah, ne, es ist ein Extractor. Das ist nochmal was anderes. Achso. Wie baut man den? Mit Extractor. Ah. Extractor. Nehm immer noch auf. Cool. Oh. Fuck. Okay, er ist gar nicht so schwer. Für uns aber auch Wabba für. Wir brauchen Wabba für einen Extractor. Ja. Hashtag läuft. Oh, fuck. Fuck mal. Fuck mal. Ruby, 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 Ruby. Guck mal. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Abgefuckte Folge. Da, 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 da. Scheißegal, Alter. Klingt einfach nur scheiße. Ich will jetzt das zweite Solarpanel bauen. Er höre ich mit dieser Folge nicht auf. Da, da, da. Okay, wir brauchen, ich brauche noch zwei Wabba. Wir zwei. Ja, stimmt, ja. Warum haben wir keine Kohle hier drin? Wo ist Kohle drin? Geht auf weg, ich kann nichts anklicken. Ich habe Kohle, hier. Da ist Kohle. Hier, tu da mal rein, wenn ich reingucke. Da ist Kohle. Ja, da kann ich Extractor machen. Wir haben richtig viel, glaube ich, von diesem Wabba-Stammzeug. Außer natürlich irgendeiner zum Heizen benutzt. Stimmt, hier 30 Stück habe ich da vorne. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Wozu, hä? Ja, ich baue jetzt einen Extractor. Ja. Da können wir auch die Stämme verbrauchen. Geil. Ja, so bin ich. Supergeil. Kann es sein, dass diese Pünktchen weggehen, wenn alle Blätter drin sind? Nein, ich habe gerade habe ich. Ja, aber hier ist nur noch einer dran und da waren eben drei oder so. Da waren zwei dran. Ich habe da gerade nochmal drauf gedrückt und da kommt ja nochmal was da raus. Aber das ist eigentlich nicht so produktiv. Aber jetzt können wir erstmal weitermachen. Ich bin runtergefallen. Oh. Mace Arators macht mehr Kohle Dust. Kohle Dust. Gib mir dein Wabba. Gib mir das. Ach, ich muss erstmal Platz machen. Scheiße. Hier brauchst du ein bisschen Fleisch, Roos. Mh, lecker. Mh, lecker, hm. So. Das brauche ich noch. Das. Ich liebe das. Das ist schon wieder total Mindfuck, Alter. Wenn halt jetzt einfach auf Treppen rumspringen, das ist voll lustig. Tom, Tom, Tom. Ach, ist das Mindfuck. Oh, ist das Mindfuck. Schienblatt? Wie find I'm in. Oh, ja. Ich hab Refined Iron. Wie viel? Beeden. Ja, heil damit. Ein nur zu wenig für den Machine Block. Ich hab aber auch noch was. Du hast Tin Ingots. Oh. Dann hab ich alle nur meinen Refined Iron verkraftet schon. Ja, ist nicht schlimm. Haben wir noch ein normales Iron? Zwei? Ich brutzle mal das Silberoor. Wie sollen wir nur noch zwei? Was? Ich hab drei Refined Iron. Ich brauche acht. Fünf Stück noch. Wir haben noch... Wieso brauchte ich noch mal das Silber? Ich weiß es. Achso, ja, genau. So, updaten oder sowas. Ja. Ich sag mich schon gar... So wenig Eisen nur. Updaten meiner Chest, Alter. Bin ich verarschen? Ich hab mir das ganze Eisen hingetan. Ach, man kann auch eine Iron Chest... Ah, hier sind noch fünf Iron Ohr. Glück gehabt. Loll. Ah, ich brauche nur noch zwei. So. Die noch eben durchbraten. Dann mach ich mir das. Und dann... Oh, ja, oh. Da können wir uns weiter... Hey, Teddy, 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 Teddy. Teddy. Aber, was soll ich pennen? Ich hab dich gestaked, Alter. Ja, geil. Schau vor, ich hätte nur... Hey, du legst in mein Bett. Schau vor, ich hätte nur ein halbes... Oh, ja. Schau vor, ich hätte nur ein halbes Herz. Dann hätte ich dich jetzt fett in den Arsch gestaked. Oh, ja, guck mal. Oh, ja, guck mal. Oh, ja, guck mal. Guck mal. Oh, es tut es. Ja, dauert auch gar nicht lange. Haben wir noch Glas? Ja, ich habe noch sechs Glas. Geil. Wieder zwölf davon. Ich brauche jetzt einfach zwölf Rubber. Wie lange das dauert? Rubber, 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 Rubber. Das geht schon wieder los. Ach ja, wir können ja jetzt Mace awaiten. Delete, delete, delete. Ba, 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 ba. Ich setze mir meinen Homepunkt. Home, 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 home. Leute, ich werde das durchziehen. Ich hätte aber eine andere Color. Ich hätte gerne... Ja, so ein Weinrot ist schon schön. Erst wenn das zweite Solarpen fertig ist. Vielleicht gibt es die Folge auch in zwei... Äh, ne, geht ja nicht. Ah. Anni geht ja nicht. Egal, wir zahlen ja lang. Die letzte ist schon 30 Minuten lang. Ich bin ja schon bei 27. Ich hole es einfach in den X-Factor rein. Ja gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Äh? Bei mir. Ach, du hörst auch? Tschüss. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Ich mach weiter, ey. Hast du... Scheiß, man. Das ist disconnected drauf. Aber du kannst bezeugen, dass ich direkt disconnected bin. Wir haben es alle gesehen. Ja. Oh. Bin jetzt noch bei dir in der Aufnahme drin. Ja, cool. Ja, sieben Stück. Boah, jetzt noch viel lang. Okay, darf ich jetzt eigentlich theoretisch nochmal aufnehmen? Klar, kannst du jetzt nochmal aufnehmen. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal auf. Jo, Leute. Fluffy, wir sind jetzt wieder am Start. Direkt nach der zweiten... Direkt nach der letzten Aufnahme. Man hat bei der letzten Aufnahme nicht gesehen, dass ich mich ausgelockt habe. Aber das ist jetzt wahrscheinlich alles egal, weil Teddy dran ist bezogen, dass ich danach nichts mehr gemacht habe. Ähm. Ich bin immer noch verzweifelt dabei, ein Zweifel abhält zu bauen. Richtig. Ähm. Also es ist jetzt wirklich direkt, sofort, direkt, direkt, also sofort nach der letzten Aufnahme. Ähm. Fuck! Ich hab's gesehen, wie dein Name runterge... Gesehen, wie dein Name runtergefallen ist. Tschüss. Diese Scheiß-Schlucht. Äh, okay. Wir machen die... Und ich hatte noch einen Wassereimer und hab's... Ganz unten als ich aufgekommen bin, hab ich, äh... Bin ich erst auf den Slot gekommen. Ich hätte ihn vielleicht noch placen können. Ich brauch Glas. Nein, ich brauch Glas. Nein. Hier unten liegt was. Ich brauch Glas. Vier Glas brauch ich. Wir haben Rubber! Ja, nicht verbrauchen, Alter. Hä, ist das alles, was ich hatte? Wieso baut diese Scheiß-Crabby nicht weiter? Kommt die nicht tief als so? Doch, doch. Aber die braucht halt ein bisschen. Hä, wieso kann ich die nicht abbauen? Nein. Braucht halt ein bisschen, ist aber gut, Alter. Braun-Protection. Wir sind gut. Gut, jojo. Romarsch. Ganz gut, wie du. La, 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 la. La, 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 la. Wolltest du mal irgendwas anderes singen? Oh, fuck, Alter. Bam, bam, ba-dam. Bam, bam, ba-dam. Ich glaub, ich hab jetzt nichts verloren oder so. Bam, bam, bam. Ist wirklich doof. Ja, ja. Ich hab halt... Lass mal irgendwas doofs singen. Wie wär's mit... Kennst du die Scorpions? Ich hab halt 35 Level verloren. Ist nicht so prickelnd jetzt, ne? Kennst du die Scorpions? Ja. Ich hab jetzt einfach... Ich habe gerade ein Gravel abgebaut. Hab sofort einen Flint bekommen, Alter. Fick dich, Welt. Fick dich. So. Ähm. Ähm, ähm. Oh, noch zwei, Papa. Big City. Big City, Knights. Da, 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 da. Big City. Big City, Knights. Nene. Na doch, doch. Oder, ähm. Und du siehst immer noch wie früh aus. Was ich dir damals nicht so sag, im Fake, da schrei ich jetzt heraus. Du bist und bleibst das alte Arschgesicht. Und damit traust du dich ans Tageslicht. Nein, ich ertrag deine Visage nicht. Hast du noch einen, Iron? Du bist und bleibst. Ich hab sogar ganze 57, Iron. Ach, du hast die ganze Scheiße. Ich wundere mich. Äh. Darf ich mir zwei Diamanten klauen? Klar, warum nicht? Gut. Wollte ich schon wieder Glas, oder? Hä? Wollte mich jetzt... Ja. Jetzt brauch ich sechs Glas. Ich bin grad... Ich bin grad richtig... Alter, meine Folge ist schon wieder 30 Minuten lang. Und ich krieg nix mehr hin, weil ich es schon zu lange aufnehme. Ja, bei mir geht sie jetzt jetzt wieder frisch los, ichu. Ja, mhm. Ganz frisch. Ganz frisch und lokaflokig, ichu. Meine letzte Folge hieß bisschen länger. Und jetzt... Die kann ich dann noch ein bisschen länger nennen. Bisschen länger? Noch ein bisschen länger. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dafür haben wir schon zwei Solarpanel. Wow! Oh, ich muss den, äh, Generator abbauen. Jabos, wissen wer da Babo ist? Gib mir den. Auf die Abis. Nabu und Ferrari sind zu mir. Mani, Mani, Rich. Wissen wer da Babo ist? B, B, Wissen wer da Babo ist? Manchmal mag ich den nicht. Hm? Nichts, ist schon gut. Brauchst du noch drei, äh, Glas? Bisschen, Feli. Äh, äh. Drei Glas, ob ich die brauche? Ja. Ja. Gib her. Motor, Kumbob. Oder Ombob, Wombob. So, jetzt geht's doppelt so schnell. Macht das Sinn, den... Oh! Alter, hier kann ich den noch dran machen, ne? Ja. Oder? Ja, klar. Oh. Jetzt muss... Geht doppelt so schnell. Oh, ja! Das ist zwar nicht viel schneller, aber es ist doppelt so schnell. Ja! Ja, ich hab mein Ziel erreicht, Leute. Das ist cool. Das heißt, ich kann jetzt mal vollbänden und bin dann auch, denk ich mal, bei Luca mit dabei. Cool. Und ich mach jetzt meine Diachests. Ja! Wir haben auch irgendwo noch richtig viel Leder, Alter. 64 Leder. Ich mach... Ich hab ne Diachests, Alter. Guck mal hier. Ja, du bist ja toll. Dann stellen die mal irgendwo hin. Nein, ich mach da jetzt noch Glas drum, dann haben wir ne Crystal Chest. Ja. Mach das. Und dann, äh, stell die mal irgendwo hin und sortier mal die ganzen wichtigen Sachen da rein. Das wäre nicht schlecht. Die ganzen wichtigen Sachen, sag ich, sind durch da oben rein. Dann mach ich ganze Erze rein, da. Ja, oder so. Ja, in die Kiste. Äh. Ich brauch mich noch irgendwas. Du könntest mal an einen Verzaugustisch machen, Alter. Wir haben richtig viel Leder. Aber kein Obsidian. Ach, ja. Aber wir haben ja die Arschbezacken. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie macht man... Soll ich hier drei Obsidian holen? So. Ah, nein. Ich beendet jetzt die Folge, sonst wird das echt abgefuckt. Äh, okay. Okay, ich mach gleich noch mir was ganz, ganz Fettes. Gibst du mir einen Abschichtskurs? Danke. Jetzt hast du einen Knutschfleck. Oh. Oh, geil. Ja, geil. Leute. Danke fürs Zugucken, falls einer bis hierhin geguckt hat. Eh nicht. Ähm. Als ob einer deine Folgen so lang guckt. Ich hab ne Crystal Chest. Ey, ich hab ne Crystal Chest. Luca hat ne Crystal Chest. Und damit verabschieden wir uns. Komm, abonniert es kostenlos. Und schickt mir Geld oder so. Blablabla. Einfach so ne Aufruf. Nein, mach das nicht. Will ich gar nicht. Tschö. Ja, ja. Okay. Vielen Dank.